Upsa. So. Na ja, gut, okay. Gut, dann gehe ich ja mal wieder raus. Gehen wir mal kurz in die Werkstatt. Diese roten Treppen brauche ich, ne? Weißt schon, ne? Ja, das Horsemeat. Okay. Das können wir reinpacken, das brauchen wir auch nicht. So. Ich hoffe, das sieht dann auch ganz gut aus, ey. So, noch eins höher brauche ich das nicht. Es bleibt so, wie es ist jetzt hier. Ich hoffe, das reicht auch. Ne, die brauche ich nicht. Ich brauche die da. Klar kommen die ohne. Nicht kommen. Ja, das kann ich mal so bauen. Das sieht ganz gut aus, doch. Ich brauche hier so'n Ding hier rein. Toll. Du fällst natürlich da runter, blödes Ding. Brauchen wir mal was dann. Ziegelsteintreppen. Meine Güte, wieder. Ja, schau ich doch auch. Was wird ja hoch, das Gebäude. Immer noch richtig großen Lagerraum dann noch. Weißt du das? Vielleicht doch ein bisschen zu breit gebaut, das Ganze. Aber wir lassen das jetzt mal so. Toll, der Einzelne hier brauche ich, ist runtergefallen. Super. Ich bin ja sowas von begeistert. Los, runter hier. Hoffen du dich, dass es dieses Gebäude uns die schöne Sicht wegnimmt, weißt du? Ja, Schwiegermütterchen, ich weiß. Das Ganze soll mal so hoch werden. Na, super. Jetzt müssen wir mich hier umpacken. Ich muss irgendwann mal handeln gehen. Ich hab mir so viel Zeugs hier mit. So. Ah, ich hab'n Fehler gemacht. Wups. Okay, ich bin gleich wieder da. Bin grad vom Server gehopst. Oh Mann, ey. Ja. Bin gecrasht. Okay. Dann wollen wir mal. Weil's ja so schön ist. Ach ja. Okay. 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 Machen wir ein klein wenig Geduld, werte Freunde, wird bald soweit sein, denke ich doch mal. Arbeitest du nach Wachwärtsziegeltreppen? Wachwärtsziegeltreppen? Gibt's nicht. Ja, haben wir. Einfach in die Kiste schmeißen. Das sortiert sie dann alleine ein. Er lädt und lädt und lädt und lädt? Nein, ich muss doch mal haben. Der Spieler. Was? Kann ich verbinden? Ich muss mich verscheißern hier, oder was? Oh, ungültige Sitzung. Aktualisieren. Was? Okay. Dann Spiel beenden und alles von vorne neu machen. Okay. Vergess ich jedes Mal, wie diesen Rucksack matt. Wenn der Rucksack nicht mehr offen ist, aber oben wieder angezeigt, darf man nichts reintun, weil sonst fliegt man raus. Ach ja. Schauen wir mal. Gleich doch schon mal einen guten. Titel für die Folge gerade gefunden. Ha! Wer sagt's denn? Tja. Kannst du auch gerade nicht hören, das war ein gedoofert von mir. Einwandfrei. Ja, er lädt aber. Tja, 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 tja. Wutz. Wie war Wutze? Was haben wir mit der Kutze, ne? Ne, hängt jetzt Minecraft? No, ich wollte gerade schon sagen. Boah. Uff. Freunde. Könnte eigentlich immer so erschrecken. Ich bestimmt, wie das Spiel kommt, ist bestimmt dann wieder Nacht. Toll. Super. Naja. Gucken wir mal. Das ist gut. Ich komme jetzt auch wieder, hoffe ich drauf wenigstens. Oh, ich siehst das. Oh, ich siehst du mal ganz gut aus. Oh ja, Gott sei Dank. Oh, gerade leckt es wie verrückt. Oh. So. Ja, dann. Na, komm wir hier. Oh, jetzt legt es gerade mal wie verrückt. Oh, ho, ho, ho. E-Mail-Arch und Wolkenloch. Das war da rein. So. Ähm. Ja, das brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Das packen wir auch erstmal hier rein. Oh, die Küche umziehen. Davor graut es mir auch noch. Davor graut es mir auch noch. So. Heute ziehe ich keine Küche mal um. Genau, das ist so gebaut. Okay. Brauchst du noch Ziegel zu? Ja, ne? Ich habe da schon ein paar, aber ich werde noch welche brauchen. Ja. Kann. Ich werde schon mal anfangen, die ersten Ziegel hier drauf zu setzen. Die ersten Teil vom Dach hier schon mal zu bauen, weißt du? Ziegeltreppen sind nicht aus der Aufenthaltssicht. Ne, die selber brauche ich nur Ziegeltreppen. Die sind gerade wichtiger. Das ist alles andere. So. So. Toll, wo ist ich's da? Ah, wo ist ich's da? Muss ich jetzt einfach irgendwo einmal so eine andere Treppe hinsetzen. Kann ich nicht. Die Treppe hol ich mir jetzt noch mal. Flupp. Das muss ich ja von unten machen. Super. Wenn wir hierher auch alles von Ihnen noch schön ausfüllen, das machen wir auch noch, dass es schön ordentlich ausschaut. Ich hab das Gefühl, diese Küche ist viel zu groß geworden. Wir hätten das schmaler bauen können, auf zwei Etagen. Aber nein, jetzt lassen wir das so, ne? Oder? Ja. Dass wir das ein oder zwei vorstehen. Lass das eins vorstehen und machen das Ganze dann so. Na, guck mal, wie das dann ausschaut. So, gucken wir mal. Lass ja so hinkriegen. Gucken wir mal. So. Wie viel hast du gemacht? Ich glaube, ich bräuchte so um die 64. So viel bräuchte ich. Um die 64. So, die Seite haben wir's. Jetzt können wir hier rübergehen zur anderen Seite, ne? Oh, super. Was für ein Held. Oh. Hätte zuerst oben setzen sollen, wäre einfacher gewesen. Zuerst die obere. Hier. Oben. Oben. Jetzt hab ich keine mehr. Sind wir noch 14 von denen? Oh, da kann ich jetzt nicht hoch? Oh. Ist immer doof. Okay. Äh, es ist Nacht. So, dann gehen wir mal. Oben auf dem Dach steht noch ein Skelettpferd. Okay. Doch. Au. So, ich brauch mal das Real. Ich finde, das ist der Lager zu sehen, total klasse. So. Ziegelsteintrepp, ihr wart irgendwo hier hinten. 32 nur? Ja, ja, die ganze Zeit dabei, weißt du, die Küche? Was machst du denn, die ganze Zeit? Ich mach ein Ziele dran, dann krieg ich wo rein. Ach, das geht schneller. Ja. 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 Ich bin locker, ich bin tiefenentspannt. Ich bin locker, ich bin tiefenentspannt. Block. Erstmal wünsche ich, was wir mitnehmen. Das rechnet ja gerade nicht, ich kann ja auch draußen wieder arbeiten, wenn es nicht regnet. Ach, halt die Klappe hier. Guck mal, hier zu ist. So, Feierabend. Zack. Ist hier nicht mit Randale hier? Brauchen wir ein paar Fensterscheiben hier ein. Jetzt schnappeln wir noch mal ein bisschen was. Besser ist das. Ja. Okay. Und jetzt schnappeln wir noch mal ein paar2016-Jahren. Ja. Ja. Und jetzt schnappeln wir noch ein paar Monate. Und jetzt schnappeln wir noch mal ein paar Monate. Ja. Also, wir sehen uns, происходит immer noch ein paar kleine Teile. Und jetzt schnappeln wir noch einmal. Das ist schon mal ein paarMomentenaferen. Und jetzt schnappeln wir noch eine, was wir jetzt noch mal ein paar Mal. Wir haben uns. Ja. 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 Das wird mir jetzt angewöhnen, erst hinten zu machen. Schon blöd gebaut hier. Jetzt haben wir noch 17 Stück noch. Ich komme mal ein bisschen mit weit. Das war nicht ganz so weit, wie ich gerne möchte vielleicht. Aber... Hier lassen wir uns noch... Ja, gleich. Oh. Ich habe das Gefühl, gleich schießt mir ein bisschen Skelett ab hier. Boah. So. Oh, es sieht doch so schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Boah. Baut's. Ja, wird's. Pfff. 30 vielleicht noch. Da geht's, muss ich auch mal Schluss. Und holen. Wie kommst du hier her, ey. Kommt hier ein Allerher hier. Ja, Mau. Hast du hier aufgepasst, ne? Hm. Kommen wir hier mal kurz jetzt zurück. Dann gucken wir's mal an. Wie sieht das denn von hier denn aus? Oh, das geht eigentlich. Das geht. So schon sieht's gar nicht aus. Äh, für Sunny 128, das Gästehaus, brauchen wir ja auch wieder Zwiebel, ne? Ja. Aber dann machen wir vorher mal eine richtige Grundreise. Irgendein Bereich, wo wir noch nicht gewesen sind. Denk ich mir mal. Das bietet sich dann ja förmlich an. Trotzdem brauchen wir das für Zwiebel. Ja. So, wollen wir mal gucken. Ja, ich hab mir den Stack mitgenommen. Genau. Okay, dann geh ich mal wieder raus und bauen mal wieder weiter, ne? Ich würde mich gerne das Dach heute noch fällig kriegen. Ach, ein Schollschein bräuchte ich das ja auch noch mal, weil wir was sagen, backen oder brennen oder sowas, wa? Ja. Gut, das machen wir jetzt hinterher, wenn die Regale drin sind, das sind vorher noch nicht. Ähm, hier geht's hoch. Genau. Da komm ich nicht mehr hin. Hier war mein Durchgang, genau. So. Oh. Das machen wir dann zum Schluss die Küche einrichten. Zuerst müssen die Regale umgezogen werden. Oh Gott, das wird auch was werden. Wollen wir das denn in den Stream machen? Bestimmt, ne? Wird witzig, ne? Ne. So, für diese Aufnahme hätten wir noch knapp 10 Minuten. Da versuche ich wenigstens, die Hütte noch fertig zu kriegen. Wobei ich jetzt schon wieder an Material mangelt. Siegeltreppen. Machen wir hier ein großes Fenster rein? Oder ein kleines? Zack. Hier auch noch mal so ein kleines. Zack. Und dann machen wir hier so ein... Flup. Genau. Hier auch so ein Flup rein. Ich brauche hier noch schöne Lampen noch. Und viele andere tolle Sachen. So. Das brauchen wir dann nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Ich brauche jetzt die da. Oder Ziegelstufen brauchst du nicht zu bauen. Nein, also für Ziegeltreppen, ne? Ja. Ja, da waren die nicht ja kräftig dran. Das ist doch schön. Und das Dach ist mir schon fast fertig. Aber leider nur fast. So. Von denen haben wir natürlich nichts. Das war klar. So. Au. Ich bin aber hier auch tierisch runtergefallen. So ein Mist aber auch. Das war jetzt nicht nett. So richtig Bautze macht. Ist am Nebengebäude. Das müssen wir auch noch mal kurz umbauen. Die Schlachterei. Weißt du das? Ich glaube das Gebäude kriegen wir heute nicht fertig. Oder wir müssten noch mal ein bisschen länger machen. Was fehlt dir denn? Ich würde so gerne das ganze Dach fertig gemacht. Das fehlt mir. Ja, aber ich glaube ich bist wieder fertig. Kommt noch an wie schnell du arbeitest. Das ist das. Die Sache weißt du? Oh, ich falle hier wieder runter. Ich blöd, Mann. Da kann ich wissen, wie das hier aussieht. Ja, das soll noch ein bisschen verschönern. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Oh, ich bin da noch umbauen. Oh, ich bin da noch umbauen. Ach so. Ja, so geht es viel besser. So, jetzt gehe ich hier die Treppe hier wieder hoch. Oh, genau. So, mach das so. Und mach das so. Super. Lass mich hier rein plumpsen. Au. Na, Spinnchen? Wie viel? Wie viel? Also, ich habe hier das. Ja, ich bin unterwegs. Das brauche ich nicht mehr. 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 Ein schönes Lagersystem. Ich find's toll. Warte. 16 Stück. Reicht ich, ne? Nee. Ja, wenn nicht, dann, äh, warte mal kurz. Ich weiß sie nicht. Und dann, auf die Strömung, was du schaffst, heute so oder so nicht mehr. Dann können wir hier auf, dann verbräuchte ich das Material und dann ist gut. Was hältst du denn davon? Ja, wenn du aber kein Material mehr hast, also keine Ziegel, keinen Ton mehr, kein gar nichts mehr. Ja, doch, der hättest du alles schon. Aber nein, du, du, du wolltest ja lieber unten rumwuseln. Du wolltest lieber auf Erzsuche gehen, ne? Nee, Schatz reicht. Ja, ja. Hier, immer noch, ja. Ich brauche hier noch eins, zwei, drei, das, das sind sechs. Ach, zu 30 brauche ich bestimmt noch. Die brauche ich bestimmt noch. Jetzt bin ich wieder hier oben. Das habe ich vergessen. Jetzt will ich meine... Okay, dann legen wir mal wieder los hier. Ja, das ist bestimmt eine Menge Arbeit, ne? Äh, was? Was? Ja, ich glaube, die Frage, wie lange wir machen wollen. Ob wir noch mal eine halbe Stunde dranhängen, in der hohen Falle bis dahin fertig wären. Oder ob wir sagen, okay, das ist für heute Schluss, wir machen mal anders weiter. Weil wir haben sie jetzt kurz vor zehn. Mir ist das egal. Mach ich mal die Ziegeltreppen, die ich jetzt mache, die kannst du noch erstmal drauf. So. Darf man vielleicht nichts mehr brauchen. Hier packen Steinziegel, also Steinziegel machen wir jetzt Treppen. Du hast Ziegeltreppen, ich habe Steinziegeltreppen, die brauche ich auch, die mache ich mir gerade. Wie habe ich Material, habe ich hier. Das ist... Ja, gleich. Die Truhe ist ja nur übergangsmäßig hier. So, ähm... Das heißt, du hast schon wieder Ziegelsteintreppen, sagst du, ja? Äh, Ziegeltreppen. Gut. Sag, du musst unten alle Öfen in Betrieb nehmen, die neun Stück, die wir da unten haben. Das schafft dann mehr, weißt du? Ne, das dauert doch viel zu lang, mit den zwei kleinen Öfen da oben. Vor allem brauchst du nicht immer nach unten laufen. Zwölf Stück. Gut. Das schafft wieder so ein bisschen was. Gut. Wie lange wollen wir noch machen? Ach, jetzt noch mal eine Rutsche. Ich will treiben mal mit. Die Fall war das, das können wir aufhören. Okay, dann mach mal diese Aufnahme etwas länger. Dafür war ein anderer etwas kürzer. Dann passt das ja wieder. Ich verbahre da so viel Material, wie es noch geht. Ich hoffe, die Hütte ist hier nicht zu groß. Ja, was weiß ich. Kann ich hier nicht reingucken, oder was? Ja, kann ich. Es ist noch vor 22 Uhr, ich kann da jetzt keine direkte Antwort drauf geben. Das fällt sonst unter Jugendschutz. Und das kann ich den Zuschauern jetzt nicht zumuten. Ja, dann gucken wir vielleicht ein paar Tees nach und zu. Ach, oben war komplett aus. Ist doch doof. Okay, dann kann ich die oberen Sachen hier wieder abreißen. Die sind komplett aus den Steinen. Okay, damit das gleichmäßig ausschaut, kommt ihr hier wieder raus. Dann bräuchte ich euch hier nicht. So, zack. So. Geronimo! Rums! Au! Oh, ich sollte das nicht nochmal machen. Ich bin da verdammt. Aua! Äh, ich hab gar keine Hose immer an. Interessant. Ähm. Ich mach mir mal eine Hose. Weil die hat einen Geist aufgegeben. Ein Sammelsurium an Rüstung. Aber ist egal. Gut, der Helm ist auch bald kaputt, aber ist es egal. Hightech-Rüstung braucht man gar nicht. Wenn man irgendwo zuschlafen Skelette weiter hier rum, ne? Weiß ich nicht. Bevor die kommen, sieht sich ja glaube ich erst dann an, ne? Ah, was willst du denn schon wieder hier? Also, unser Dach ganz oben ist wie ein Skelettpferd. Es ist immer noch da. Ich hab's erlegt. Es ist tot. Ah, ja. Ja, gleich. Ähm. Wollen wir kurz schlafen gehen? Kann ich im Helm weiterarbeiten und werde ich nicht vom Gerüst geschossen. Das wäre mir sehr sympathisch, nämlich. So, ich bin im Bett. Gut. So. Das wäre unser Küchenhaus hier. Dann die Hütte für DragonJail, die wird natürlich dann kleiner werden, ist ja klar. Die wird nicht so riesig. So. So, also du stellst jetzt erstmal nix weiter her, hast du gesagt, ja? Doch. Ich denke, du wolltest doch die Sache noch fertig machen, dann wollte ich mal Schluss machen. Ja. Die Sachen, die ich jetzt halt noch umschlitterte, das war das denn. Ach so. Oh, das wird jetzt eine lange Folge werden hier. Hätte ich vorher doch vielleicht teilen sollen. Also, wie wird es jetzt nicht mehr? Ja, aber jetzt fünf Minuten war's, ja. Oh. Ähm. Dann brauche ich jetzt einmal hier mein Gerüst. Dann brauche ich da vielleicht zwei vor. Ich glaube, ich baue später noch zwei vor. Das sieht, glaube ich, besser aus. Dass zwei vorsteht, oder? Wie sieht das hier denn aus? Machen wir Platz hier. Das ist auch nur eins. Okay, dann passt das. Dann bauen wir uns jetzt erstmal ein Gerüst. Erde. Jetzt kommt der patentierte Earth Lift. Schwupps. Zack. So. Oh, ist jetzt hier den Stein da drin rein. Ich blöde, Mann. Okay. So. Die Ecke haben wir. Toll. Da komme ich nicht hin, weil ich da im Weg stehe. Die kriege ich da so nicht ran, weil ich da im Weg stehe. Ist das denn nicht klar? Okay. 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 So. Das wäre äußerst komisch, wenn wir wegmachen. Lass uns mal runterfallen. Ein bisschen schleichen. Schleich die. Ja. Das ist partout nicht leicht, nein. Aber dieses Haus kriegt langsam Struktur. Das ist wichtig. Sieht gut aus. Ich glaube, diese Folge wird etwas länger, Freunde. Aber das Dach werden wir, glaube ich, nicht. Trotzdem nicht komplett fertig kriegen. Das glaube ich nicht. Das täte mich sehr wundern. Ach ja. Ach ja, so. Mal hier wieder so ein Ziegelchen hinsetzen. So. Zack. 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 Zahn. Raus. So. Die Seite müsste es komplett dicht sein. Ach. Was sieht das schön aus. Ähm. Ja. Hier müssen wir auch nochmal einen Überstand machen. Das haben wir hier drüben, glaube ich, auch gemacht, ne? So. Jetzt können wir kräftige Ziele wieder fahren. Aber so. Hm. Ich denke, ich dachte wir wollten dann aufhören. Die eine Seite ist jetzt schonmal fertig. Ja. Wie faste gemacht? Aber wenn ich... Das ist eine extrem lange Folge halt. Und dann mache ich das Dach doch noch fertig. Weil viel habe ich nicht mehr. das könnte vielleicht sogar reichen könnte heißt nicht dass es reicht sowieso aus der ferne gucken wir mal cool hat was sie gut aus denke mal können wir so lassen ok doch jetzt guckt ihr mal das so gefällt mit dem dach ist im baustiel angelehnt wie unsere hütte hier so ziegelstein was denn da ich alle aber jetzt mal mit so ab nach oben na gut dann versuche ich das ding ruck zuck fertig zu kriegen etwas längere folgen was er doch teilen können da konnte aber schock jetzt so viel noch im petto hat aber erst mal ist schon so das müssen wir uns umpacken da sagt sagt so so oben wollte ich auch noch eins ist weg ist weg gespawnt oder sowas ok jetzt machen wir die ecke von der anderen seite von dieser seite die ecke von der anderen seite das ist doof ok wir fangen hier vorne an weg so jetzt kurz die meine sache getauschen flup später wieder zu dicht dran super ach ja ach das geht so die scheiße entschuldigung wir machen das doch mit unserem gerüst hier das ist das weiße funktioniert raus mit dem stein da kriegen wir das doch noch fertig dann kraut wir vor den nächsten streamer ganzen sachen umziehen wisst ihr das oh Gott das wird ja noch lustig werden kannst du die küchenregale umziehen die kühe fragen sich auch was ich hier oben mache das weiß ich auch noch nicht so richtig aber ich tue hier einfach irgendwas wovor ich auch nicht weiß was ich mache jawohl das sieht sehr gut aus das sieht sehr gut aus dann ist das Dach gleich fertig hoffe ich jedenfalls dass ich nichts vergessen habe Material habe ich mehr als genug Dank Schoki ja Dank Schoki haben wir auch diese Feuergruppe überzogen so jetzt müsste ich ja alles hier fertig sein vom Dach ich gucke nochmal ja dann kann ich jetzt mein Erdgerüst hier wieder abbauen ich habe gesagt abbauen ich habe mir beide D-Block abgebrochen ich habe mich runtergeplumpst weil ich weiß wie wir unser Haus gebaut haben in der ersten Minecraft Welt noch wie ich dann plumps gemacht hatte und dann gestorben bin weil ich runtergefallen bin und dann hat ein Keeper noch bumm gemacht das fand ich sowas von gemein Keeper können teilweise ganz schön gemein sein gut die Hütte ist hier noch nicht komplett fertig das ist klar Hallo Kühe ihr bleibt schön da ne fein so zack ich finde das sieht gar mal so schlecht aus so da komme ich jetzt zurück das ist doch schön so Gucken wir mal ich mache alle Sachen weg die ich hier mal nicht mehr brauche so und das brauche ich noch das brauche ich auch nicht mehr so da könnte ich sagen wollen wir mal Tschüss sagen Tschüss bis zum nächsten Mal Ciao